Jetzt kommt der Anruf von Herrn Roxen! Wer hat mehr Power? Welche KTM? Und Roxen ist vorbei! Siegel ist weiter! Hier kommt kein Roxen-Punker! Siegel ist immer noch zweiter auf seine KTM, aber Roxen kommt schon! Wer hat mehr Power? Welche KTM? Und Roxen ist vorbei! Oh, ein T-Shirt wurde abgegängelt! Noch mal Glück, Jörg! Arsch! Schiff, wenn wir jetzt angreifen! Oh, spannend! Der kommt jetzt über den Hühl! Super! 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 Sehr gut! Das war der führende Ken Rochs, den Fürstlich-Trainer 2011 auf seine KTM. So, die Männerhälfte in Rotzeln. Musik Ich gehe jetzt da. Wer ist der Erster? Brauchst du schon ein Gründer? Wer ist der Erster? Siegel oder schon gern Roxen? Jenny! Weiter mal los! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Jetzt wird er eine Schämpeonatsturz. Für mich ist der Schämpeonatsturz. Ich bin heute schon im Lauf. Ich bin heute von der Schämpeonatsturz. Er hat die Schämpeonatsturz. Ich bin heute von Ihnen. Das war's für heute.